hey freunde willkommen zum heutigen test heute haben wir die capri von agento dran ist eine schöne 13 schuss batterie in kaliber 30 mm eine nim von 325 und ja würde ich mal sagen hat übrigens auch noch eine ersatz zum schnur interessiert und preislich um die 15 bis 18 euro je nachdem wo ihr sie kauft also freunde bis gleich draußen zur zündung so jetzt zum test die capri auch wieder die 13 schüsse von agento 30 mm und los sehr schön ja ja ARD Text im Auftrag von Funk